Wir sind hier am Rheinhafen in Basel. Hier kommt eigentlich der ganze Kaffee für die Schweiz. Ich importiere exklusive Rohkaffee aus Rwanda und träge damit dazu bei, dass ein nachhaltiger Kaffeeanbau auf dem afrikanischen Kontinent tätig werden kann. In Basel gibt es schon seit längerer Zeit eine wunderbare Kaffeekultur. Es gibt ganz viele herzige kleine Kaffees und das sind wirklich Oasen in dieser Stadt. Die lokalen Betriebe in Basel rösten den grünen Kaffee und stellen dann die Gastronomie und den Endkonsumentinnen und Endkonsumenten zur Verfügung. Auch für viele Menschen in dieser Stadt ist Nachhaltigkeit etwas sehr Wichtiges. Sie interessieren sich für die Herkunft des Produkts. Ich weiss es auch sehr zu schätzen, dass ich mit meiner Idee dank diesen Menschen ein Publikum finde. Basel ist eine mega coole Stadt. Wir sind ein ganzes St echoesomal Wozeln. So. Untertitelung des ZDF, 2020